Ja, ich möchte den Huberman auch ein bisschen mit hineinbringen, der ein paar sehr spannende Sachen zum Thema Arbeiten und Arbeitsplatz auf diesem Thema gebracht hat, nämlich, dass er zeigen konnte, oder nicht er, aber er hat es aufgezeigt auch, dass du je nachdem, wie du sozusagen dein Arbeitsumfeld gestaltest, auch agierst. Also wenn du sehr konzentrierte Arbeit tun musst, dann ist es sinnvoll, sozusagen auch diesen Raum zu begrenzen auf das, was du tust, also zum Beispiel auf deinen Computer. Und da gibt es die Leute, die da mit Käppchen sitzen oder vielleicht sogar mit Kapuzenpulli im Café oder so, um sozusagen die Außenwelt wegzubekommen. Ganz im Gegenteil, wenn du aber kreative Arbeit machen möchtest, dann brauchst du sozusagen Raum und Platz und kannst nicht in deinem Cubicle sitzen, wo links und rechts sozusagen schon die Wände in die Höhe gehen, sondern er hat auch gemeint, also draußen sein zum Beispiel, hohe Räume etc. Und das erinnert mich jetzt wieder an Bill Gates im Wald. Wenn du quasi groß und kreativ und neu denken möchtest, dann brauchst du halt auch ein Umfeld, was dem entspricht. Und was könnte da besser sein, als eben in der Natur draußen zu sein und eben keine Grenzen zu haben, sondern wirklich grenzenlos denken zu können.